Ähm, und, ähm, genau, der erklärt sich auf jeden Fall, wenn wir jetzt ein bisschen was reingucken. In jeder Generation gehen Menschen, gehen Menschen, gehen Menschen verloren. Manchmal sind es sogar eine ganze Generation. Generation Lost und Generation X erwarten, 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 erwarten nichts. Generation Y startet optimistisch das neue, das neue Jahrtausend. Doch niemand war weit genug weg von den Twin Towers. Niemand kam rein von mir. Und jetzt wandeln sie sich mit mehreren Jodel-Diplomen im Zeitalter der Hyper- und Pseudo-Informationen. Fühlen wir uns ständig überreizt und wagen wir erst zu arbeiten, wenn wir uns sofort verheizt. Und nichts zu tun, ist unsere Rebellion. Nichts ist fertig, bringt meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion. Ausloggen, vielleicht bleibst du verschont. Ich verfürchte, du bleibst nicht verschont. Wenn wir deine Generation X noch Y lang genau zwischen Ende neu empfangen. Und Pessimist und Optimist zugleich, schneide ich mir selber gern ins Fleisch. Eilte vor und halte zurück auf keinen Weg zum Glück. Wir konnten uns nie entscheiden und am anderen immer beneilen. Und wir wollten nie dazugehören, denn wir gehörten nie dazu. Und nichts zu tun ist unsere Rebellion, nichts fertig bringt meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion, außerhalb vielleicht bleibst du verschwunden. Ich befürchte, du bleibst nicht verschwunden. Wir werden nicht verschwunden von der PowerPoint-Präsentation. Werden voran als Praktikan. Werden frage Höhen mit Nebenjob gedürzt. Selbst vom Theaterstück unterdrücken. Sag Hallo zur Depression. Und du bist niemals allein mit der Erfolgskrankheit Nummer 1. Unsere Eltern waren bereit, uns zu versorgen. Wir fühlten uns sogar zu sehr gebogen. Und sie suchten das Glück, denn ihren Kindern konnten ihr eigenes Unglück nicht verhindern. Doch wir haben aus ihren Fehlern gelernt. Und uns konnten sie quern, aus ihrem Leben entfernt. Was nutzen die besten Voraussetzungen bei all den inneren Verletzungen? Und das bleibt uns übrig, wir haben die freie Wahl nach außen. Doch in uns selbst sehen wir keinen Sinn. Und wir fragen und fragen uns ständig. Jetzt wisst ihr, warum es so abgedroschen klingt. Und ist der Sinn, warum ich glaub, ich schief bin. Nichts tut, ist unsere Rebellion. Nichts fertig bringt meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion. Ausloggen, ausloggen. Vielleicht, du bleibst hier verschont. Und ich fürchte, weil es nicht verschont. Aber es tut mir leid. Wir sind alle krank. Während seiner Therapie gemacht, wieder alle Tassen im Schrank. Mit 16 hab ich sie verloren. Und mit 40, mit 40, mit 40 hat man nur die Träume. Mit 40 ist es neu, 30 mindestens. Mit 40 bin ich wiedergeboren. Nichts tut, war unsere Rebellion. Nichts fertig bringt meine Generation. Rückzug, ich hab mich selber verschont. Und es fing schon mit drei meinen Kindertonen an. Sie sagen, spring vom Balken. Diese Disziplin ist deine Pflicht. Ich dachte, scheiß drauf. Und sagte, brauch ich nicht. Ich bin sehr ausgesetzt. Ich bin sehr dankbar für die Einladung. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.